Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der exogenen Ketone, die in den vergangenen Jahren in der Gesundheit und Fitnessbranche sehr starker Popularität gewonnen haben, aber trotzdem heute für den ein oder anderen Endverbraucher immer noch nicht wirklich im Begriff sind. Aber wie funktionieren sie eigentlich und was können sie ganz gezielt auch für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden tun? Genau all das erkläre ich dir im Folgenden, deswegen bleib auch hier bis zum Ende dran, weil diese Inhalte auch nochmal deine Perspektive und vor allem das Verständnis über gesunde Ernährung, exogene Ketone und die Ketose an sich nochmal grundlegend verändern werden. Und damit auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, grundsätzlich an erster Stelle, bevor man im nächsten Schritt dann erklärt, was eigentlich exogene Ketone sind und was die ganz gezielt in den Körper tun können, gilt es erstmal den Begriff der Ketose zu definieren. Darunter versteht man letztlich einen Stoffwechselprozess, in dem der Körper in zweierlei Möglichkeiten auf natürliche Art und Weise fällt. Und zwar einmal durch eine komplette Nahrungsabstinenz, also bedeutet der ganz klassisches Wasser- oder Teefasten, wo man keinerlei Nährstoffe zuführt und dann der Körper nach 48 bis 72 Stunden, und zwar sobald die körpereigenen Kohlenhydratspeicher aufgebraucht sind in Muskulatur und der Leber, zumindest zu so einem Grad, unter den er dann selbst nicht gehen will, merkt, er muss nun seinen körpereigenen Kohlenhydratbedarf für Hirn- und Organfunktion selbst herstellen und substituieren. Der liegt bei ungefähr 100 bis 150 Gramm täglich. Und das Ganze schafft er über eben genau diesen Stoffwechselprozess der Ketose, indem er aus Körper- oder Nahrungsfettsubstitute bildet, sogenannte Ketone, die dann dein Hirn als auch die Organfunktion und auch die Bewegung letztlich sicherstellen kann und genauso verstoffwechselt wird wie Kohlenhydrate. Das ist die eine Möglichkeit, in der du über einen natürlichen Zugang in die Ketose fallen kannst. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass du die körpereigene Ketose dadurch provozierst, dass du die Kohlenhydratzufuhr täglich limitierst auf maximal 50 bis 70 Gramm täglich, heißt den körpereigenen Bedarf um 30 bis 80 Gramm unterschreitest. Bei 50 Gramm bist du absolut sicher, bei 70 ist so grob die Schwelle. Diesen Zustand, diese Zufuhr, musst du allerdings dann konstant beibehalten, weil sobald du einmal über diese Kohlenhydratzufuhr wieder gehst, fällt der Körper aus dieser Ketose heraus und das ist ein Prozess, in den er sich erst wieder hineinarbeiten muss. Das funktioniert nicht auf Fingerschnipps, sondern dauert eine gewisse Zeit, bei manchen Personen 5, 7, allerdings bei manchen dann auch erst 10 oder 14 Tage. Und das sind so grundsätzlich die zwei Art und Weisen, wie du in diesen Zustand kommen kannst. Grundsätzlich ist dann natürlich die nächste Frage, was bringt mir jetzt so ein ketogener Zustand? Nun, der eine Zustand ist natürlich der, den viele dann auch in dem Kontext als Ziel verfolgen, letztlich Körperfett zu reduzieren, weil hier der Körper eben aus Nahrungs- oder Körperfett primär versucht, auch seine Energie bereitzustellen. Das ist sicherlich mal so der erste Kontext, der nahe liegt. Der zweite, der kommt dann häufig eher über Bande, und zwar, dass der Körper deutlich weniger Reibungsverlust, also deutlich weniger oxidativen Stress in der Verstoffwechselung und Energiebereitstellung produziert. Man kann sich das Ganze sinnbildlich ein bisschen so vorstellen wie verschiedene Treibstoffarten fürs Fahrzeug. Das ist jetzt hier in dem Fall bei Ketonen kein Diesel oder auch kein Super, sondern eher Kerosin- oder Raketentreibstoff, der sehr wenig Reibungsfläche in der Verstoffwechselung erzeugt. Man geht grob von ungefähr Faktor 45 weniger an oxidativen Stress bei der Verstoffwechselung von Ketonen im Vergleich zu Kohlenhydraten aus. Und dieser Aspekt hat dann nochmal sehr viele positive Eigenschaften, vor allem in Bereichen der Entzündungshemmung bzw. dem generellen Entzündungsgeschehen im Körper. Und das ist dann eher so ein gesundheitlicher Aspekt, der dem Ganzen nochmal sehr nahe kommt. Natürlich dann auch noch andere Dinge, vermehrter Fokus, weniger Energieverlust auch, rein über die ganzen Verdauungsprozesse. Und das ist dann häufig ein Punkt neben dem Ziel des Abnehmens, das auch noch viele Personen, einschließlich mir, dann auch über die Zufuhr von exogenen Keton verfolgen, in diesen Zustand dann auch von außen nochmal mit reinzukommen. Da komme ich nun gleich zu. Aber dann vor allem vermehrten Fokus, vermehrte kognitive Fähigkeit zu haben und vor allem auch im Schlaf eine Möglichkeit, dann tiefer in den Schlaf zu finden bzw. weniger häufig aus dem Tiefschlaf gerissen zu werden, weil letztlich hier Ketone oder auch exogene Ketone in der Zufuhr in der Lage sind, im Schlaf den Blutzucker stabil zu halten, der, wenn das der Fall sein sollte, abfällt, auch den Körper aus der Tiefschlafphase bringt und du somit dann auch durch einen ketogenen Zustand oder die Zufuhr von exogenen Keton einfach besser im Schlaf bleiben kannst. Das ist aber hier zu Beginn erstmal grundsätzlich als Erklärung, was ist die Ketose eigentlich? Und damit verbunden schon die nächste Frage beantwortet, was bringt mir eigentlich so ein ketogener Zustand? An zweiter Stelle stellt sich dann natürlich die Frage, was sind nun exogene Ketone? Nun, das sind letztlich Ketonkörper, die du als klassische Nahrungsergänzung von außen zuführen kannst. Davon gibt es verschiedene Formen. Häufig wird das Ganze in Pulver zur Verfügung gestellt, wo du dann letztlich mit Wasser verrühren kannst und somit von außen extern Ketonkörper zuführst. Wenn du dort den richtigen Hersteller und das richtige Produkt auch wählst, sind die ganzen auch bioidentisch. Bedeutet, der Körper hat keinen Unterschied, den er wahrnimmt zwischen der körpereigenen Produktion und solchen, die du von außen zuführst. Und du hast somit die Möglichkeit, dass selbst wenn du nicht in diesem natürlichen Zustand einer Ketose bist, also entweder nicht, dass du fastest oder dass du die Kohlenhydratzufuhr limitiert hast über einen gewissen Zeitraum hinweg und dann später auch noch konstant fortlaufend, zumindest für ein Zeitfenster von vier bis sechs, teilweise sogar auch noch mehr Stunden, in diesen ketogenen Zustand, in die Ketose fällst. Und dort ist für dich dann ganz wichtig, darauf zu achten, was ist hier letztlich auch an Ketonen enthalten. Letztlich sind es hier Abkürzungen, die du dir ansehen solltest, und zwar ganz konkret das R-BHB, letztlich ausgeschrieben oder ausgesprochen, R-Beta-Hydroxybutyrat, R steht hier für rechtsdrehend, und genau diese sind dann auch bioidentisch, heißt für den Körper, nicht unterscheidbar zwischen extern zugeführten und körpereigenen und sind damit auch deutlich potenter in ihrer Wirkung. Mit deutlich potenter meine ich hier Faktor X potenter, ja, ist das wirklich ein Unterschied dann zwischen Tag und Nacht für dich selbst auch, und das wäre dann eigentlich auch für dich das Unterscheidungsmerkmal, worauf du achten solltest, wenn du exogene Ketone verwenden willst. Auch hier mit der Erklärung, dann mit dem Unterschied, worauf du achten musst, ganz konkret R-BHB, ich schreibe dir das auch unterhalb nochmal in den Beschreibungstexten mit rein, ein ausgeschrieben R-Beta-Hydroxybutyrat. Wenn man nun weiß, was exogene Ketone sind, ist dann natürlich die nächste Frage, wie wirken die? Ja, und die Wirkung ist letztlich die, die ich auch gerade eben schon beschrieben habe, dass der Körper hier nun in diesen ketogenen Zustand hineinfällt und dort dann auch gleichzeitig versucht, vermehrt aus körpereigenem oder Nahrungsfett Energie bereit zu stellen und gleichzeitig eben auch deutlich weniger Reibungsfläche in der Verstoffwechselung der einzelnen Energieträger entsteht. Und die ganz konkrete Umsetzung sind letztlich dann zweierlei Art und Weisen. Die eine bedingt dann letztlich Personen auch mit einer Zielsetzung, einer reduzierten Kalorienzufuhr, auch mit dem Ziel des Abnehmens, hier exogene Ketone auch als Mahlzeitenersatz zu integrieren. Jetzt nicht dadurch, dass man versucht, irgendwo ganz gezielt einen Nahrungszeitpunkt zu ersetzen, im klassischen Wortbegriff, sondern vielmehr eine Möglichkeit zu schaffen, den Körper auch in eine verbesserte Energiebereitstellung zu bringen. Hier haben die exogene Ketone in der Regel etwa 40 bis 50 Kalorien pro Gabe, also wirklich sehr überschaubar, provozieren auch keinen Blutzuckeranstieg und man muss in dem Kontext dann auch nicht über etwaige Begleiterscheinungen wie beispielsweise dem Koffein nachdenken, mit welcher letztlichen Dauer und auch Tageszeit integriere ich sowas. Bei Koffein wäre hier, wie auch in vorangegangenen Videos und auch Podcast-Folgen hier schon mitgegeben. Immer meine Empfehlung, auch die ersten 90 Minuten das Ganze bei Koffein nicht zu tun, weil ansonsten hier die Adenosin-Rezeptoren im Hirn über den Schlaf noch blockiert sind und du dann vermeintlich am Nachmittag in ein Energieloch mit reinfällst. Darauf musst du jetzt hier bei exogene Ketone nicht achten. Die liefern dir sofort initial Energie, sind auch in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und somit auch hier direkter Energietreibstoff für dein Hirn, für deine Kognition und solltest auch merken, dass dein Fokus sehr stark ansteigt. Die zweite Art und Weise, und so führe ich das Ganze auch selbst zu und empfehle es auch meinen Klienten, denen vor allem der Fokus in der Regeneration, in High-Performance, im Alltag liegt, und zwar das Ganze abends vor dem Schlafengehen zuzuführen, in ungefähr 30 bis 45 Minuten Abstand dazu, weil hier die exogene Ketone, wie gesagt, in der Lage sind, den Blutzucker konstant zu halten und man damit in der Nacht mehr Tiefschlafphasen auch innehaben kann und gleichzeitig bei gleicher Schlafdauer potenziell besser erholt ist oder bei weniger Schlafdauer den aktuellen Status quo beibehalten kann. Dazu komme ich gleich im Folgenden auch mit meinen eigenen Erfahrungswerten und auch denen von Klienten, aber das sind so grundsätzlich die Wirkmechanismen von exogene Ketonen auch auf den Stoffwechsel und gleichzeitig damit verbunden zwei Möglichkeiten und Art und Weisen, wie man hier mit exogene Ketonen im Alltag auch arbeiten kann. Wenn man dann das Ganze abweckt und Vorteile mit Nachteilen vergleicht, hat man hier bei exogene Ketonen in jedem Fall den Vorteil der eben schon beschriebenen Verbesserung der Kognition, auch der akuten, sehr schnellen Energiebereitstellung, gleichzeitig auch des deutlich geringeren Treibungsverlusts in der Verstoffwechselung im Vergleich zu Kohlenhydraten, auch die Möglichkeit, den Appetit zu unterdrücken, weil auch exogene Ketone Appetit hemmend wirken und es einem hier bei der Zielsetzung des Abnehmens nochmal leichter fallen kann, auch eine Mahlzeit rauszulassen oder auch gleichzeitig die Folgende etwas später zu platzieren und somit in Summe eine geringere Kalorienzufuhr zu realisieren und dann, wie auch angesprochen, in der abendlichen Gabe für die Nacht als Unterstützung damit auch den Blutzucker konstant zu halten und verbessert in der Tiefschlafphase zu bleiben. Das sind letztlich hier die großen Vorteile insgesamt gesehen auf die exogen Ketone mit der zusätzlichen Instanz dann auf einer Metaebene gelagert, dass du hier in der Lage bist, ohne entsprechendes Wasser- oder Tiefasten oder der Reduktion der Kohlenhydratzufuhr nur mit einer externen Gabe hier in der Lage bist, im Zeitfenster von vier bis sechs, teilweise sogar noch etwas mehr Stunden, direkt schon in die Ketose hineinzufallen. Auf der anderen Seite ist dann natürlich die Frage nach möglichen Nachteilen und die Nachteile liegen hier letztlich schon an Kontraindikationen. Kontraindikationen gibt es letztlich drei an der Zahl. Das liegt zum einen bei Diabetes Typ 1, wo hier exogenen Ketone in dem Fall kontrainduziert sind und bei etwaigen Wünschen dann auch in jedem Fall nochmal ärztlich abgeklärt werden sollten. In der zweiten Instanz bei akuten Organtransplantationen und in dritter Instanz bei salzsensitiven Bluthochdruck, weil hier exogene Ketone auch durch die Beigabe von Salzen, letztlich Mineralstoffen, hier auch stabilisiert werden, haltbar gemacht werden, transportfähig. Und das sind in jedem Fall schon mal die ersten großen Nachteile. Ein weiterer Nachteil liegt sicherlich an der Kostenintensivität des Ganzen. Also exogene Ketone sind hier, wenn du wirklich auf diesen genannten Inhaltsstoff eher BHB achtest, nicht kostengünstig. Es sind aber in meinem Fall und auch aus meiner Perspektive und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit meinen Klienten und auch deren Erfahrungswerten in jedem Fall in den positiven Kosten-Nutzen-Abwägung, wenn man hier letztlich auch weiß, was man konkret damit erreichen will, wenn man sie hier dann wie in meinem Fall auch abends oder für die Nacht platziert, um eben die Erholung und Regeneration zu verbessern, auch morgens nicht mit einem extremen Kopf, mit vielleicht auch noch Brainfog aufzuwachen, hat man hier in dem Fall eine Möglichkeit von außen in das System nochmal einen positiven Aspekt mit reinzunehmen, der dann aber natürlich auch nochmal abgeweckt werden muss mit der grundsätzlichen Information, die Ketone auch noch mitbringen und der liegt nicht jetzt nur in diesen bereits genannten, sondern auch darin, einen evolutionären Reiz mitzuvermitteln. Es sind auch letztlich Signalgeber, weil du hier in deinem Genom letztlich zweierlei Aspekte hast. Zum einen den Anteil dessen, der prädisponiert ist, heißt, den du nicht von außen verändern kannst. Da geht man von ungefähr 20 bis 30 Prozent Anteil deines gesamten Genoms aus und dann nochmals einen Anteil von 70 bis 80 Prozent der sogenannten Epigenetik, derer, die du in der Hand hast und auch proaktiv beeinflussen kannst, wo du Gene ein- und ausschalten kannst durch dein Verhalten, durch deine Lebensstilführung. Und da gibt es grundsätzlich sehr stark evolutionäre Reize, das ist einmal alles an Licht, an Wärme, Kälte, Bewegung, Sauerstoff und dann natürlich auch eine gewisse Art und Weise des Fastens. Und insofern sind auch hier Ketone in der Lage, Entzündungsprozesse zu modulieren, bedeutet letztlich, solche wieder in Bahn zu bringen, die aus dem Ufer gelaufen sind und haben dann auch hier in meinen Augen eine sehr wichtige Relevanz in einem ähnlichen Setup, wie es jetzt auch bei mir der Fall ist, wo der Fokus vor allem auf Muskelaufbau, auf Leistungssteigerung, auf High-Performance liegt, im Alltag als auf dem Sport hier auch nochmal zusätzlich einen Reiz zu schaffen, den ich so auf natürliche Art und Weise einfach nicht schaffen könnte, weil ich weder klassisch Wasser- oder Tee-Faste noch meine Kohlenhydratzufuhr 50 bis 70 Gramm am Tag limitiert habe, dort zumindest für einen gewissen Anteil des Tages, in meinem Fall in der Nacht, dann auch in diesen ketogenen Zustand hineinzufallen. Wenn man nun die Vorteile mit den Nachteilen und potenziellen Risiken abgeweckt hat, ist dann die nächste Frage, wenn du sagst, ich will das Ganze in den Alltag integrieren, ich will selbst von diesen exogenen Ton auch profitieren, zum einen auf welchen Hersteller, auf welches Produkt soll ich ganz bewusst zurückgreifen und in welcher Menge sollte man auch dosieren. Bei dem Hersteller findest du unterhalb im Beschreibungstext auch verlinkt meine konkrete Empfehlung zu dem einzigen Hersteller, der hier weltweit aktuell diesen Gehalt auch an RBHB wirklich sicherstellt, der das Ganze auch mit sechs US-Patenten reglementiert hat und somit eigentlich kein wirkliches Konkurrenzprodukt am Markt zu finden ist. Bei der Dosierung, das hängt dann auch hier direkt von RBHB ab, wäre hier in jedem Fall ein zweistelliger Grammwert in der Einmalgabe empfehlenswert, bedeutet mindestens zehn Gramm Gabe, um wirklich auch in diesen Zustand der Ketose zu kommen. Das Ganze kannst du, wenn du magst, auch nachtesten, also nichts, was ich dir hier an die Hand gebe, soll irgendwo eine Unmöglichkeit haben, auch getestet zu werden. Dazu findest du auch unterhalb im Beschreibungstext eine Verlinkung zu einem Messgerät, wo du auch mit Messstreifen übers Blut direkt auch den Ketonanteil im Blut testen und messen kannst. Um dort eben nach der Zufuhr der exogenen Keton auch wirklich zu bewerten, hat sich denn hier wirklich auch was an meinem Zustand verändert. Und das wäre letztlich hier dann in der Abwägung dann auch meine Empfehlung, worauf du zum einen achten solltest, welche Dosierung du wählen solltest und wenn du das Ganze integrieren willst, dann auch zu sehen, wie kann ich das Ganze nachtesten. Jetzt hier an der Stelle auch meine konkreten Erfahrungswerte und auch die von Klienten, um dir dort eine Perspektive zu geben, womit kannst du denn ganz konkret auch als Resultat und Ergebnis rechnen. Ich bin immer ein großer Freund von Testen und Messen. Also bei mir ist letztlich keine Intervention platziert, ohne dass ich im Vorhinein nicht ganz konkret gesehen habe, was ist die Ausgangssituation und wie verändert sich diese durch die Intervention. Und dazu habe ich selbst hier am Finger einen Aura-Ring. Letztlich ein Device, der über diverseste Metriken mir am Ende des Tages beziehungsweise am Folgetag eine Tagesbewertung gibt und auch gleichzeitig meinen Schlaf bewertet auf einer Skala von 0 bis 100. Bei 0 sehr schlecht, 100 sehr gut. Und ich habe das Ganze auch mit einer Handvoll Klienten verifiziert über einen Zeitraum von drei Wochen, die hier ähnlich wie ich abends direkt eine halbe Stunde vorm Schlafengehen exogene Ketone zugeführt haben. Mit der Aufgabe ansonsten nichts an ihrem eigentlichen Alltagsablauf zu verändern. Heißt auch wie in meinem Fall regelmäßig weiterhin Sport, in meinem Fall auch siebenmal die Woche mit regelmäßigen Schlafens- und Zubeckgezeiten. Ich habe nichts an meinem Ernährungsprotokoll verändert, auch nichts an meiner Gesamtkalorienmenge. Auch mein klassischer Arbeitsalltag ist fast identisch geblieben und konnte dort nach 21 Tagen nicht nur bei mir, sondern auch bei Klienten feststellen, dass ich zum einen die Tagesbewertung nur durch diese Intervention signifikant verbessern konnte. Im Schnitt um 6 bis 10 Indexwerte bei der Tagesform und gleich das auch bei der Schlafbewertung. Und das ist für mich dann auch Grund genug zu sagen, okay, das Ganze verändert nicht nur bei mir subjektiv, auch mein Befinden, weil ich seit ich klein bin eigentlich schon immer das Problem hatte, dass ich morgens nach dem Aufstehen die ersten 2-3 Stunden wirklich Anlaufprobleme hatte. Heißt, Thema mit ja, mitunter Brain Fog, also wirklich nicht klaren Fokus, keine klaren Gedanken. Ich war auch sehr ja, ermatscht, würde man im Umgangsgebrauch aussagen, also wirklich sehr zerdrückt gefühlt in der Früh und hatte dann auch bei Hüten Wasserzufuhr, Elektrolytzufuhr, also allen Dingen und Möglichkeiten, die ich selbst in meinem Werkzeugkasten habe und auch meinen Klienten mitgebe, nicht den Eindruck, dass sich dort in der Situation was verändert und wenn ich dort zurückblicke, waren wahrscheinlich die Exogen-Ketone in den letzten knapp 10 Jahren das potenteste, was ich in den Händen hatte, rein für eine externe Gabe und mit dann entsprechenden Benefits, ohne zusätzlich nochmal irgendwo Zeit oder Energie aufwenden zu müssen. Gleiches haben mich hier an der Stelle auch meine Klienten bestätigt, deswegen hier meinen eigenen Erfahrungswert und auch Insights direkt aus der Zusammenarbeit mit meinen Klienten, deswegen hier meine Empfehlung an dich, teste das gerne mal, überzeug dich auch selbst von den Unterschieden und lass dir dann am Ende des Tages das Ganze auch gerne nochmal über entsprechende Testmöglichkeiten auch bestätigen, vor allem aber auch wichtig auf dein subjektives Befinden zu hören, weil das deckt sich auch hier mit meinen Messungen des Oralings und war für mich damit eigentlich nur eine Bestätigung dessen, was ohnehin in meinem subjektiven Befinden war. Deswegen, wenn du das Ganze angehen willst, findest wie gesagt unterhalb im Beschreibungstext meine konkrete Produktempfehlung auch nochmal genannt mit der Möglichkeit des Testgeräts und ja, wird dir damit in dem Fall auch ans Herz liegen das Ganze mal anzugehen ohne oder auch mit des Zustands einer Ketose, den du vielleicht auch schon auf natürliche Art und Weise erreicht hast. Wenn du dich hier nun an der Stelle abgeholt fühlst und sagst, hey, ich will auch konkret mich wieder meinen Körper wohlfühlender, ich will abnehmen, ich will auch meine Performance und Leistungsfähigkeit im Alltag steigern, hätte dafür auch gerne Begleitung, kannst du dich gerne auch direkt bei mir melden, findest dazu auf meiner Homepage stauwebachmeyer.com auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen. Dort finden wir gemeinsam auch zu deiner angegebenen Wunschzeit in dem ersten unverbindlichen Telefonat heraus, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonnier auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und du gleichest sehr gerne auch mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investier dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit und gib mir eine 5-Sterne-Bewertung, wenn du sagst, diese Inhalte haben dir weitergeholfen, um dem Algorithmus letztlich Daten zu liefern, um meine Inhalte nochmal mit mehr Menschen zu teilen. Wenn du jetzt sagst, ey, ich würde gerne dem David erstmal vorab privaten Nachrichten schicken, kannst du es auch auf Instagram sehr gerne tun, findest mich dort unter meinem Namen und dann finden wir dort erstmal privat auch einen Austausch. Und insofern hoffe ich dir hier noch mehr Klarheit auch zu exogenen Ketonen gegeben zu haben, worauf du achten musst, wie sie wirken und was sie vor allem für dich und deine Gesundheit auch Gutes tun können. Und insofern freue ich mich, dich dann auch schon bei den nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und mein Stipp ist dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.